Intelligent, kraftvoll, mutig und ein großes Herz. Lauf meine Hunde! Lauf! Mein Geschäft sind Hunde. Er ist zu klein und zu wild. Hallo, schönen guten Nachmittag. Und unerziehbar. Aus! Was bringt er der Zucht? Das Herz eines Kämpfers. Er lief schneller als jeder andere. Er ist kein Schlittenhund. Er ist ein Leithund. Unter unseren Kindern wütet eine Epidemie. Das ist ein Todesurteil. Es gibt ein Gegenmittel. Hin und zurück sind es 600 Meilen. Am Horizont braut sich was zusammen. Nur ein Mann und ein Hund können diese Reise schaffen. Er ist zwölf Jahre alt. Er wird die Strecke nie schaffen. Schaffst du das noch, Kumpel? Wir werden ihn nicht sehen, bis es taut. Gut, Togo. Zeit, dass wir rausfinden, wer wir sind. Ich dachte immer, er würde für den Schlitten leben. Dabei hat er die ganze Zeit für mich gelebt. Heig ab, Togo! Schieb! bis zum nächsten Mal. Sie London whatsb um ihrem Vielen Dank.